Laut Bayern-Präsident Uli Huenes, 65, soll Carlo Ancelotti, 58, mit seiner Aufstellung in Paris fünf Spieler gegen sich aufgebracht haben. Angeblich darunter Mats Hummels, 28. Stimmt nicht, sagte der Innenverteidiger nach dem 2 zu 2 in Berlin. Hummels wehrt sich. FC Bayern Frank Ribéry ist auf dem Ball ausgerutscht, hält sich danach das linke Knie. Er musste sofort ausgewechselt werden. Ribéry verletzt raus. Bayern verspielt 2 zu 0 gegen Hertha. Auch nach der Entlassung von Carlo Ancelotti stolpern die Bayern weiter. Bei Hertha gab es nach einer 2 zu 0 Führung nur ein 2 zu 2. Ribéry aufkrücken im Berliner Olympiastadion. Bayern-Salihamid-Sieg. Es sieht nicht gut bei Frank Ribéry aus Ausrufezeichen Anführungszeichen. Frank Ribéry verletzt sich beim 2 zu 2 der Bayern in Berlin, verdreht sich das linke Knie. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit geben. Thomas Tuchel Das sagen die Experten. Passt Tuchel zu den Bayern? Seit der Entlassung von Ancelotti als Trainer geistert der Name Thomas Tuchel als möglicher Nachfolger durch München. Der Weltmeister Ich hatte kein Gespräch mit irgendwem darüber, dass ich unzufrieden wäre, weil ich nicht gespielt habe in Paris. Dass da von Königsmörder geschrieben wird, das finde ich echt nicht in Ordnung. Keine Ahnung, woher die Infos kommen. Oder ob es einfach nur geschrieben wurde, weil ich nicht gespielt habe. Hat mir nicht gefallen dort Anführungszeichen. Zum Aus von Ancelotti sagt er. Er hat sich am Freitag in der Kabine verabschiedet, war auch emotional. Anführungszeichen Jakun Jakun Untertitelung des ZDF, 2020